Grüß Gott und Willkommen auf dem Radiosender Rudi und ist allen geantwortet. Und heute interviewen wir mal auf Rottes Geburtstag den Nantes-Jäger von Amon Amel. Ja, grüßt ihr. Tutte, Tutte! Danke, bitte ruhig, 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 bitte ruhig. Und grüßt ihr. Schönen Siegst. Und ganz gut. Du, okay. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Na, grüßt sie jetzt. Ah super, ja das war alles, danke. Na ja.